Reagieren, man gibt zu viel zu provozieren. Alle behaupten, es fiel ihr nicht leicht, aber nur sei in dieser Grenze erreicht. Man will ja hart sein und nicht weich, im internationalen Schwanzlängnvergleich. Lass die Pohlkappen doch einfach schmelzen. Lass Gletscher fließen, die Erde muss zur Kur. Lass die Menschen überspülen, denn sie sind nicht die Hellsten. Dann erholt sich auch die Natur, ich find, wir stören hier nur. Ist doch ein schönes Eis mit Blattgold und schenkt noch ein Bagger, der durch die Tropen rollt, während dein Nachbar auf Insta freut. Mit Labos und Aktien, boah, was denn er wollen. Wir bauen Säume mit x-tausend Volt, denn da tragen wir Säume gerade ein ganzes Volk. Und dann geht es mal ein bisschen reingehen,